Vom 17. bis 20. September haben wir uns auf der Kind- und Jugendmesse in Köln für Sie umgesehen. Die Kind- und Jugend ist die weltweit größte Babyartikelmesse. Etwa 800 Unternehmen aus 40 Ländern präsentieren hier ihre neuen Kollektionen. Auf der Messe entdeckten wir unter anderem neue Spielzeuge für Babys und Kleinkinder, die einen hohen Spiellerneffekt haben. Bei Kinderwagen konzentrieren sich die Unternehmen auf Kombikinderwagen und Travel-Systeme, um Eltern größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten. Autokindersitze werden mit verbesserten Kopfstützen und Einlagen präsentiert. Das sichere Befestigungssystem Isofix etabliert sich weiterhin. Bei Umstandsmode und Babykleidung wird großer Wert auf Bequemlichkeit gelegt. Und bei Babymöbeln konzentriert man sich weiterhin auf schlichte, funktionelle Möbel, damit diese über mehrere Jahre hin verwendet werden können.